auch mensch kann ich genug alkohol mitnehmen ich habe genug ja dann bau molotov cocktails draus bau bomben draus stimmt mollis können wir bauen da draußen stimmt ich bin ein kopf nein okay ach geil haben sie die haut abgezogen und auf die haufer drauf tätowiert oder er kommt mir so vorne da eigentlich alles so wahrscheinlich hatte den tät und hier wird abgezogen und aufgespannt ja das fehlt auch wenn man linken seite stimmt nach hier nicht noch irgendwo das so darum so dass vor dem vollen bank lach eine medikamente beim jahr wie dies medis medis dann wird halt nichts getrunken wird sein haben ich habe genug ich hätte noch jetzt was getrunken ja wir liegen noch zwei herum hier gibt es noch eine taschenlampe müssen wir versuchen ich weiß nicht mal das war so ein nebenraum sind die gegangen und das musstest du eventuell musste das sprengen oder holz weg kloppen oder irgendwas muss so eine holzwand gewesen sein ja hier war das kloppt das mal auf und auch wenn sie das schon damit hinten also ich nehme die die vorne liegt da steht da steht ein kopf wenn du die kästen zerklopst kommen ganz viele sodaflaschen raus ist ja nice auch das ist gut dann kann ich ja doch was kriegen sie sind voll am klauen die eingeborenen mann die haben auch mal durch so hier ist doch irgendwas oder die ist irgendwas ich höre schon stehen ich habe schon stimmen der chat vermutet dass das ein jakuza war oder quasi so ein japanischer anja hauchter pilot oder was passagier und die haben das abgezogen weil sie das so schön fanden das dazu ja möglich wo geht es nicht weiter ne ich das wars auch glaube ich du kannst das noch in diese baby cave quasi aber da ist nichts außerdem ist ja mehr als katana also mehr gibt es das wichtigste in der höhe soweit ich das sehen konnte ich hätte es aber gedacht dass die höhle größer ist ja wir haben auch genau wir haben nur die einsatzseite genommen die die entwickelt sich noch zu drei oder zu neun irgendwie das ist echt eklig das ist aber ein riesen ding wo die kummer alter das ist das mittelstück haben sie ja ich glaube geschnitten jetzt reicht raus hier vor allen dingen haben wenn das der penis sind dann haben die penisse fingernägel deswegen finde ich das nicht so gut ist das nicht so richtig aber da haben nicht viele passagiere überlebt wenn so viele finger hier hängen na wir haben auch sechs gefunden insgesamt jetzt von 43 naja da haben wir ja noch ein paar ich würde sagen oh was war dante bist du schreckhaft da wo ist es wo ist es ich will raus hier alle schlumpf wir könnten jetzt uns noch mal ganz kurz hab ich die schon naja die habe ich schon wir können noch mal ganz kurz ins schneebiom hüpfen und uns wenn wir glück haben ist das cockpit da gleich irgendwo und dann können wir uns eine pilotenklamotte holen und die flare kommt aber sie da nicht raus ne da kommt er nicht raus und dann nicht einfach kill oh der kommt raus ich weiß nicht wir können das probieren wo müssen wir jetzt lang erst mal ins tagebuch gucken wie konnte ich das noch mal b du hast noch nicht erkundet sein oder komplett habe ich gar keinen drücker dafür gekriegt ich auch nicht aber auch wenn irgendwie update tagebuch gekriegt hat er uns gesehen wir haben uns alle gesehen aber wir haben die keinen bock auf uns zum glück da drüben muss tauchen dann meine ich mal das alles voll wasser also ohne taucheranzug brauchen wir da nicht hin glaube ich aber will ich auch nicht hin ja aber angeblich spontan nichts nach wenn wir die töten ja das mag wohl so sein denk ich mal bis zum server der stadt also ich hab mir das aufheben dann wenn wir die flare und na gut ja wenn es anzündet ist muss es gehen also ich hab gestern bei chrisi wir haben uns die flare geholt und ähm haben dann da waren dann zwei armen sie es ging eigentlich angeschossen mit der flare dann brennt er aus immer und dann mit dem schwertruf fertig die sind auch immer so schnell ja das wird mir nicht erwöhnt wir müssen ganz langsam laufen über seven days hey der ist down oh armsi kommt oh armsi kommt volle konstruktion auf armsi ah ich bin down oha oha ich bin down aber ich hab zeit noch kann ich dich retten haben sie dich doch ist auch tot mit e ja komm e drücken ohne was halt da steht aber ich oh die pass auf da kommt leider oh nein 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 aber ist das eklig was willst du willst du du musst immer abziehen du musst immer abziehen na und die kannst du jetzt anziehen das ist eklig sieht aus wie so eine alte gammelige bockwurst sieht dann aus mit bogen zu machen ja sascha danke hab ich den hab ich den dabei ja ich hab bogen dabei und sogar pfeile dafür hab ich auch angreifen können ja meine fresse der letzte nervt mich gerade der triggert dich oder ja warte denn lass Mutti den ist down oh sehr gut ich hab eine Tablette nehmen wieso haben die Tabletten fressen wie in der Realität ja ja weg da ja ich hab deinen Brandfall aufgehoben oh was ist denn das hier bestimmt auch ein Prissagier ey wo ist der Kopf hin geil geil aber dann guck mal deine Schlupfer an dann muss ich stehen Mutti werd ich mal daneben aber lass das Zeug wegnehmen hier so perfekt na gut danke hier Schlupfer aus der Zone Schlupfer aber richtig ja schön Feinrib Schießerfeinrib 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 Feinrib aber ohne Eingriff oder was ist denn los hi moin na sterbt ihr schon ja gut ich hab euch eben mal kurz auf Twitch zugeguckt ich muss online gehen es geht gar net suchti na los aber eigentlich wir sind doch in der Höhle drin das kann nicht sein ja da hab ich nicht gefunden ne aber der hat es markiert gehabt das ging hier ist ein Koffer oh Schokobiegel oh Schokobiegel seid ihr noch in der Höhle? hm ja wenn ich beeils kannst du noch schnell herkommen hm ja ich muss ja erstmal dahinter atschen ja ich muss ja erstmal dahinter atschen oh was ist das denn ja ich könnte dir heute schon oben ein Dings hinstellen wenn du willst schnell ne ah was ne Flagge da müsstest du ne Flagge ne Flagge wenn du willst kannst du da eine Flagge da hinstellen Mutti wo bist du? hier bin ich hier bin ich ich hab was für dich ich hab dir was mitgebracht was hast du mir mitgebracht? ne Kopf bestimmt oder es hat mehrere Arme oder so Mutti nehmt den Kopf auch noch ach ii ich stell mal oben ich geh mal schnell hoch und stell ne Flagge hin für Chrissy damit ihr das gleich Dreck findet wie ihr das Schwert auch holen könnt ja wir können auch einfach zu dem anderen Ausgang gehen und die Flagge hinstellen aber gut na ich weiß es nicht aber der war ziemlich nah bei uns der Dante ich hab was ja das war halt dein Kopf nimm ihn nein nimm ihn in den Mund nein mach doch mal der hat doch kein Spielverderber kröne Flagge ne die Flagge sind noch nicht ich bin noch im Rohkler drin meine Flagge waren wir schon tatsächlich kröne Eingänge die wir schon durchsucht haben hier sind grad Einwohner heute klingst du aber richtig angekältet ja das wird auch immer schlimmer hab ich so das Gefühl na ihr habt mir jetzt erstmal einen Bonbon reingepiffen mhm mhm ich wär erstmal ein Glühwein getrunken das hast du ja das hab ich nicht gesehen Mensch also noch geht's nicht unter Wasser also ihr wart jetzt ihr wart ja jetzt bei bei dem Katana Cave 1 ja Dead Cave und so seid ihr jetzt auch nicht weiter oder was ne ok nur zwei Stecker was ist denn mit dir los hab ich ja sehr gut tschüss ich äh renn hier am Wasser entlang aber oben an den Felsen ja pass auf da waren ein paar arm süß und so ein und so ein Brathähnchen ein Fatman ja das ist doch deren deren Base oder wie war das ja wahrscheinlich ja ja hau lieber ab du Assi ui was ist denn das für eine ih die ist nackig und skinny what the fuck alter verficktes Spiel ey bin ich weg oh wenn du mal einen Stock brauchst das ist doch witzig ich werd ich mal ii wir müssen mal raus alter das Brat hier die hat mich erwischt wo kommst du hier raus ich geh vor kommt ihr zu dem Eingang raus wo ich äh auch raus bin wo wir im Reinsinn nö also hier sind jede menge von deren Totems pass mal kurz auf ich baue mal ne Flagge mhm mhm hm wo alter was ist ein Wichser ich so Mutti und ich sind an der blauen Flagge ok blaue Flagge alles klar aua oh shit ich bin am Boden ich brauch mal Hilfe Dante siehst du meinen siehst du mich mhm komm Mutti Mutti was ist das denn komm Mutti machst du mal ein bisschen leiser bei dir machst du mal ein bisschen leiser bei dir ist ja unheimlich laut was war denn das für ein Vieh ein Schwein oder sowas ein Schwein sah aber nicht so aus war das das Bratähnchen oder was ja das Bratähnchen das ist fett man das ist schon echt ich hab's gefunden das Bratähnchen hast du gefunden ich hab's schon ein paar mal getroffen du kannst dem wenn du ein paar Pfeile hast oh oh mein Skull ist halb jetzt oha hm ich hab die Flagge fertig gebaut rutsch jetzt runter das ist super statt zu Dave hilft warte du bist hier um die Ecke gleich guck mal kurz wo ist er denn ich bin noch am Boden bleib unten bleib unten bleib unten ich dachte du bist unten da rennen gerade zwei Armen sich so auf den Höhleneingang zu äh geh runter geh runter ich bin unten ich bin unten angekommen warte ist hier bei Dave oh bei Dave ist Party ich hab hier so einen fetten so einen fetten man ein fetten? das ist ein ganzer Stamm unter ah scheiße ich hab noch halbens so ein Loch gell oh oh ihr habt ja da oben auch äh der Top of Point oh Rettung in letzter Sekunde danke du bist der beste Dante ja ich bin aber fast tot weil ich grad den Berg runter gefallen bin lass ins Wasser gehen lass ins Wasser gehen du liegst aua ich lieg auch ich lieg auch nein ich muss mich erstmal zurückziehen weil wie gesagt halb AP Christi muss doch schnell wieder hoch kommen jetzt gleich hoch ja los komm Mutti liegt auch und die liegt länger als ich und komm ich jetzt erstmal wieder runter und wieder hoch komm 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 da ist ne scheißle da ist ne scheiße nachsiteln auf jaja ich hab nur über also ich hab noch noch nicht viel also das geil ist noch nicht viel weiß an die Jagd alle weg also ich hab 90 % hier am Wasser aber ich kann nicht töten weil wenn ich rauskomme, kriege ich was aus dem Maul. Nein! Guck, dass alle saufen. Ich schwimme jetzt rüber. Ich habe ein HP. Boah, der Aufstieg dauert aber gefühlt echt ewig. Also bei mir ist es jetzt schon über den Augen. Wartet, ich sehe das Licht. Der Vorteil für euch ist, ihr habt es nicht so weit bis zur Leiche. Ah, okay. Oh, da kommen sie, da kommen sie. Komm mal an, das soll ich wieder dran, was du in der Tasche hast, ja? Ja, an fast alles. Ah, cool. Leute, bei euch hängen die ganzen Viecher rum. Ich habe keine Ausdauer, ich komme kaum vom Fleck. Ja, selbst probiere mich auch und ich habe dazu noch keine HP. Also ich renne jetzt erstmal zum Mutti, der scheint weniger Viecher los zu sein. Ah, Gottes Namen. Ich esse schnell eine Tablette. Ja. Ich hole den Dicken weg. Ich hole das Brathähnchen. Ich lieg schon wieder. Nein, echt jetzt? Ja. Scheiße, ich gleich auch, ich gleich auch. Neun Tage habe ich überlebt. Ich bin im Wasser. Der Asse tot. Scheiße, ich habe eigentlich gar keinen HP mehr und lebe noch. Das muss mir mal jemand erzählen. Ja, gleich nicht mehr, wenn du so weiter ans Ufer schwimmst. Hm. Alter, Falter. Geh doch vom Ufer weg. Du Scheiße. Eine Frau, ey. Spawnst du die Flugzeit wieder. Ja, ja. Wie viel hast du nur noch, Mutti? Äh, das fragte ich jetzt beim Mund. Warum hast du jetzt noch so ein ganzes Rude Skinnies geholt? Ich bin da angekommen. Ich habe sie mir doch nicht ausgesucht. Entschuldigung. Ich will der Allerbeste sein. Brathähnchen ist noch da oben. Mutti. Alle anderen sind weg, oder? Das Brathähnchen steht auf Mutti drauf. Achtung, bei dir ist noch einer. Ja. Warum steht das Brathähnchen auf Mutti? Oh, nee. Echt jetzt? Ja. Wie soll ich da nicht drankommen? Warte, weil Chrissy, du bist da ja. Ich lock den weg und du... Nee, der kommt zu mir, der kommt zu mir. Ich versuche bei mir... Nee, der ist bei Dante. Nee, der bewegt sich gar nicht. Nee, der ist auch so ein Skinny. Der ist auch so ein Skinny. Ach, scheiß auf den Skinny, den Brathähnchen. Das ist wichtig da, siehst du? Okay, ich versuche das Brathähnchen mitzunehmen. Nein, ich habe mich hier festgepackt. Was ist das? Was hat denn die jetzt gemacht? Ja, ich habe es geschafft. Aus der Entfernung. Laut weg, Mutti. Kämpfst du oder was? Stirbst du? Lebt ja alle. Na, ich kämpfe immer noch mit den anderen drei Viechern. Ins Wasser, ins Wasser, Skinny's kommen. Skinny's kommen, alle ins Wasser. Scheiße, ich habe mich hier festgepackt. Glaubst du das? Ich muss mich endlich mal heilen. Glaubst du das? Schöpfe... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020